Musik In der Vorstellungsrunde der sechs Nationalratskandidierenden aus unserer Region ist heute der Reihe am Christian in Aicher. Er kommt aus Marbach und kandidiert für die CVP. Auch er zieht aus zehn Satzanfänge fünf heraus und vervollständigt diese dann von der laufenden Kamera. Es gehen immer weniger Leute an die Urnen, weil es uns nach wie vor zu gut geht. Ich wäre ein guter Nationalrat, weil ich den Puls von den Leuten gespürt bin, bodenständig bin und bei uns verwurzelt. Die grössten Herausforderungen für die Schweiz sind die Grundversorgung auf der Landschaft von den Rettnehmern und unser Rentensystem mit der AHV und der Altersvorsorge. Ein Thema, das im Wahlkampf 2015 zu wenig Beachtung findet, ist das, was ich gesagt habe. Unsere Grundversorgungssysteme auf der Landschaft, allgemein Proxen, wo haben wir den ersten Anlauf gestellt, wenn es uns gesundheitlichen Anreize gut geht. Die Schweizer Armee muss endlich die fünf Milliarden, die man ihr versprochen hat, bekommen und endlich mit den 100'000 Mann, die man ihr zugestanden hat, planen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.